Tüdelü meine Freunde, schön, dass ihr da seid, vielen Dank fürs Einschalten, wir sind hier mit dem Newsflash, ich rede über das Donnerstag-Nachtspiel, ich rede über ein paar von den Trades, wo ich häufig drauf angesprochen wurde und dann geht es natürlich wieder rein in die Verletzungen und in die generellen Neuigkeiten der Liga. Bevor ich anfange, diesmal denke ich am Anfang dran, alle Neuigkeiten sind Stand Freitag 20.45 Uhr, das heißt alles was danach passiert am frühen Samstag, am späten Freitag, das kann ich leider nicht mehr mit ins Video reinnehmen, solche Neuigkeiten, wenn ich die verpasst habe, findet ihr immer bei mir auf Twitter. Auch noch kurze Erinnerung, bis zum 06.11. gilt noch der Gutscheincode EARLY18, ein paar Leute haben schon zugeschlagen, ihr kriegt 18% Rabatt auf alles was ihr bei mir im Shop kauft, ist verlinkt in der Beschreibung, guckt einfach mal rein, ob euch da was gefällt. So, dann direkt rein in den Newsflash und die Raiders hatten eine super Chance, um das Spiel gegen die 49ers zu gewinnen. Hätte ich bei meinen Tipps schon gewusst, dass CJ Beathard nicht mal wirklich spielen kann oder dass er nicht spielen wird, dann wäre ich vermutlich versucht gewesen auf die Raiders zu tippen und vielen Dank, Gott sei Dank habe ich es nicht getan. Mullins hat die Raiders kaputt gemacht. Ich bin ganz ehrlich, hatte vorher noch nie was von Mullins gehört. Ich kann mich nicht mit jedem dritten Quarterback in irgendeinem Team beschäftigen, ich kenne die meisten der Backup Quarterbacks, ich kenne viele von den Charakteren, die so durch die Liga marschieren und immer hier gecuttet werden, da wieder verpflichtet werden, da wieder gecuttet, dies, das, jenes. Von denen kennt man auch viele, Mullins noch nie gehört. Scheinbar haben die 49ers im Trainingcamp schon gesagt, wir haben drei NFL Quarterbacks bei uns im Team und haben gehofft, dass er quasi die Wavers cleart und dann bei ihnen im Practice Squad landen kann. Hat geklappt, jetzt haben sie nur das nächste Problem. Ich glaube, nochmal wird er denn nicht durch die Wavers durchkommen, das heißt, sie können ihn nicht nochmal im Practice Squad verstauen. Das heißt, das nächste Mal müssen sie dann eine echte Entscheidung machen und so wie Mullins gespielt hat, würde ich nicht mal mehr sagen, dass CJ Beathard unbedingt den Second Job da, beziehungsweise zur Zeit den Starting Job, ja mit der Verletzung des Star Quarterbacks Garoppolo. Ich würde nicht mal sagen, dass er den noch sicher hat. Mullins kam dahin, hat die Raiders versucht und hat gesagt, Moment mal, ich habe hier ein Wörtchen mitzureden, ich will auch der Backup Quarterback sein. Nein, stark gespielt, wer beinahe noch stärker gespielt hat bei den 49ers, ist George Kittel und wer beinahe noch stärkeren Job gemacht hat oder auf jeden Fall einen noch stärkeren Job gemacht hat, das ist Kyle Shanahan. Wenn du gegen die Raiders so sehr gewinnst, ich weiß, die Raiders sind nicht unbedingt ein richtig gutes Team dieses Jahr, haben jetzt 34-3 verloren. Und klar, macht es da irgendwie mehr Spaß und ist leichter, die Raiders dafür zu bashen, aber man muss halt auch immer sagen, Kompliment an die 49ers und an Kyle Shanahan, was er mit einem dritten Quarterback da letztendlich gemacht hat. Super Chance gewesen für die Raiders, wieder irgendwie ein bisschen reinzufinden, hat nicht geklappt. Noch ein kurzes Wort, die Rang-Mostad-Verletzung sah unglaublich aus, also wenn ihr ein schwaches Gemüt habt oder sowas, dann solltet ihr euch die nicht angucken. Ich zeige ihn natürlich nicht in meinem Video, aber ich sage mal so, der Arm war über 90 Grad gebeugt und zwar irgendwo hier, also an der Stelle, wo er sich eigentlich nicht bewegen sollte. Und wie gesagt, das sah nicht cool aus, ich hoffe natürlich, dass er so schnell wie möglich wieder gesund wird. Aber das Spiel hat nochmal gezeigt, die 49ers haben einen super jungen Kern, der sie auch in die Zukunft weiterhin tragen wird. Deswegen habe ich da eigentlich sehr viel Zuversicht in die nächsten Jahre der 49ers, gerade natürlich, wenn Garoppolo wiederkommen kann und ein bisschen an die Leistungen von letztem Jahr dann wieder anschließen kann. Auf der anderen Seite, bei den Raiders, ich habe jetzt von vielen Leuten die Meinung gehört, eher so im deutschen Raum, sage ich mal, dass die Raiders im Spiel auch tanken. Das heißt, dass sie mit Absicht nicht so hart spielen oder einfach nicht 100% geben. Und da möchte ich nochmal zu sagen, das ist Quatsch. Also ich bin der Erste, der euch erzählt, die Raiders tanken definitiv, aber du tankst in der NFL nicht damit, dass du beim Spiel schlecht bist. Du tankst damit, dass du deine guten Spieler wegtradest und dementsprechend schlechte Spieler im Team hast. Damit tankst du. Denn, erstens, wenn du nicht hart spielst, gehst du immer das Risiko ein, selbst verletzt zu werden. Zweitens, wenn du nicht hart spielst, gehst du immer das Risiko ein, irgendeinen deiner Mitspieler zu verletzen. Und das nimmt keiner willentlich in Kauf. Drittens, zweitens, was auch immer. Der nächste Punkt ist, für viele Spieler, gerade für solche Spieler, die in anderen Teams vielleicht nicht unbedingt Starter wären, ist das immer noch ihr Bewerbungstape, sage ich mal. Du kannst da nicht irgendwo hingehen und sagen, ja, aber guckt euch mal die und die Spiele nicht an, da haben wir getankt, da habe ich nicht 100% gegeben. Ich meine, äh, das funktioniert so nicht, keiner achtet da drauf. Deswegen müssen alle Spieler, die auf dem Platz sind, 100% geben. Und dementsprechend ist diese ganze Geschichte von wegen, ja, die Raiders tanken da auch auf dem Platz, die ist kompletter Humbug, das ist Quatsch. Wenn ihr irgendwo sowas lest, glaubt es nicht. Kurz ein paar Worte noch zu den Trades. Ich habe gelesen, dass viele von euch wollen, dass ich die Trades durchgehe und mit Noten bewerte oder was weiß ich, das werde ich jetzt hier an der Stelle nicht machen. Das ist zu aufwendig und es ist auch ein bisschen, ein bisschen irrelevant, weil es sich schwer einschätzen lässt. Ich kann das im nächsten Livestream, wenn ihr mich darauf anspricht, ich habe ja jetzt ein bisschen häufiger gestreamt und ich habe auch vor, nach wie vor häufiger zu streamen in der Zukunft. Äh, wenn ihr mich darauf anspricht, dann kann ich das vielleicht in einem Livestreamer nebenbei machen ein bisschen, wenn ich mich da auf zwei Sachen gleichzeitig konzentrieren kann. Aber zu den Trades generell, ähm, es ist ein bisschen immer so, diese, diese Geschichte in der Luft, dass Teams, die gerade so zu Ende hin, also kurz vor der Trade-Deadline, jemanden wegtraden, dass die sagen, okay, wir haben dieses Jahr keine Chance, wir konzentrieren uns auf die nächsten Jahre. Beispiel, Detroit Lions. Traden weg, Golden Tate. Den, nicht unbedingt besten Receiver am Team, aber der, der die meisten Catches und meisten Yards hatte bisher. So, traden den zu den Eagles. Sagt man jetzt automatisch, die Lions wissen, dass sie dieses Jahr nichts mehr reißen? Ich persönlich würde sagen, nein, denn dann hätte man vorher nicht für Damon Harrison getradet, für Snacks, den Defensive Tackle. Das kann man auf der einen Seite halt so sehen, von wegen, ja, Snacks braucht man auch nächstes Jahr noch und Golden Tate nicht und dies, das, jenes. Deswegen konzentriert man sich jetzt schon auf nächstes Jahr. Auf der anderen Seite kann es aber auch wirklich einfach Selbstvertrauen in den Receiver-Room geben. Von wegen, wir haben zwei Receiver in Brent Powell und jetzt TJ Jones, die fast gar nicht das Spielfeld sehen hinter Tate, die beide ungefähr das gleiche Skillset haben, an die wir glauben. Und im Lions-Beispiel jetzt vor allem Kenny Golladay. Wir glauben an Kenny Golladay, wir glauben, dass er den nächsten Schritt nehmen kann, der braucht mehr Bälle. Und da ist es dann halt okay, wenn man Golden Tate wegtradet. Noch dazu hätte man ihn am Ende der Saison bezahlen müssen. Der Vertrag läuft aus, noch dazu ist er schon 30. Das heißt, die Eagles haben jetzt quasi einen Drittrunden-Pick dafür bezahlt, dass Golden Tate mindestens bis zum Ende des Jahres da ist. Aber danach ist Free Agency und er ist höchstwahrscheinlich ein Free Agent. Das heißt, der kriegt sein Geld so oder so danach. Deswegen war das gar nicht mal so ein dummer Move von Detroit, auch wenn, glaube ich, kein Lions-Fan das wirklich gerne sieht, muss ich mal sagen. Und das Ganze ist mit den anderen Trades ähnlich. Wir haben Damaris Thomas, der dann getradet wurde, zu den Texans. Und das ist ein ähnliches Beispiel, die Broncos sind einfach sehr zufrieden mit ihren restlichen Wide Receivern, gerade natürlich mit dem Rookie Wide Receiver. Und so kannst du das einfach bei vielen Teams sehen. Anderes Beispiel, was auch noch Sinn ergibt für die Trades, Dante Fowler, früher ja der dritte Pick insgesamt im Draft. Der wurde von den Jaguars getradet zu den Saints. Letztendlich hat man dafür jetzt noch einen Drittrunden-Pick und ich glaube einen Fünftrunden-Pick gekriegt, 19 und 20 jeweils. Also auf jeden Fall nochmal zwei Picks für den und er hat nicht so wirklich funktioniert. In Jacksonville, es war ein Bust. Ist relativ teuer, sage ich mal, weil er halt der dritte Overall-Pick war. Und du bist ihn losgeworden, du kriegst dafür Picks wieder, es ist okay. Für sie ist es gut. Die Saints sind in einem Win-Now-Modus, die wollen dieses Jahr gewinnen. Die denken, sie können dieses Jahr den Super Bowl gewinnen. Saints, sage ich schon, die Rams, Entschuldigung. Deswegen holen die sich den. Also die Rams werden definitiv ihr Team nicht mehr als zwei Jahre noch bezahlen können mit den vielen Top-Spielern, die da sind. Aber sie wollen auch gar nicht mit dem Team länger als zwei Jahre planen. Sie wollen dieses Jahr gewinnen. Deswegen haben sie auch Picks abgegeben dafür, weil sie denken, unser Team ist dieses Jahr gut genug, um zu gewinnen. Und für Dante Fauler selber ist es gut. Erstens kommt er zu einem besseren Team, wo die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass er einen Super Bowl gewinnen kann. Und auf der anderen Seite, gerade für so hohe Picks, die nicht wirklich überzeugt haben in der ersten Station, für die ist es gut, wenn sie da mal so einen kleinen Szeneriewechsel haben, wenn sie zu einem neuen Team gehen können und da eventuell gewinnen. Jetzt habe ich schon wieder viel zu lange darüber geredet, worüber ich eigentlich nur ein, zwei Minuten reden wollte. Der Bills-GM Brandon Bean hat gesagt, oder Beanie, ich bin mir nicht sicher, ich sage Bean, hat gesagt, dass Shady McCoy 2019 definitiv im Team sein wird. Sie sind sehr überzeugt nach wie vor von dem, was er dem Team bringen kann, was er dazu beitragen kann, dass das Team erfolgreich ist. Erfolgreich, Bills, Entschuldigung. Und ja, mehr ist wirklich nicht da zu der Geschichte. Ich hoffe, es kommt wirklich so. Ich denke, Shady ist ganz glücklich bei den Bills. Allerdings würde ich ihm natürlich auch noch einen Ring gönnen. Also, mal gucken. John Gruden hat mal wieder einen rausgehauen und hat gesagt, er kriegt unglaublich viele Anrufe oder wörtlich Tons of Calls von Leuten, die gerne bei ihm im Team spielen würden, bei den Raiders. Er hat jetzt nicht spezifiziert, dass es unbedingt NFL-Spieler sind. Also, vielleicht rufen da irgendwelche German Football League Spieler an und wollen unbedingt bei den Raiders spielen oder Canadian Football League oder was weiß ich. Vielleicht sollte ich da auch mal anrufen. Ich kriege übrigens auch unglaublich viele Anrufe von irgendwelchen Instagram-Models, die alle mit mir zusammen sein wollen, aber hey. Und der Nächste aus der Kategorie. Glauben wir das? Nein. Greg Williams hat gesagt, dass seit er aus Buffalo weg ist, Greg Williams ist ja der Interim-Head-Coach der Browns jetzt, dass er elf Angebote gekriegt hat, um Head-Coach zu sein. Und bei vielen davon hätte er wohl nicht mal aufkreuzen müssen, sozusagen zum Vorstellungsgespräch, sondern hätte einfach nur unterschreiben müssen und wäre direkt Head-Coach gewesen. Also auch da, äh, akkord Bullshit. Jetzt als letzte Nachricht wieder ein bisschen was Dümmeres. Wir kommen natürlich wie immer zu den Injuries. Ich versuche mich auf welche zu beschränken, aber logischerweise, je weiter man im Jahr voranschreitet, umso ärgerlicher sind da wirklich die Verletzungen und umso mehr Verletzungen gibt es auch. Wir sind bei den Vikings. Schlimm sind, sage ich mal, oder nicht so intensiv. Die sich aber über lange Zeit halten. Muss man halt immer richtig vorsichtig sein. Deswegen denke ich, die lassen den vielleicht eher nochmal unten. Auch komplett raus bei den Vikings sind Anthony Barr und Tom Compton, also der nächste Offensive-Lineman. Die spielen definitiv nicht. Bei den Dolphins eine gute, eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, man weiß jetzt inzwischen, was Ryan Tannehill hat. Er hat eine Kapselverletzung in der Schulter. Spielt diese Woche nicht, spielt nächste Woche nicht. Höchstwahrscheinlich. Aber in der Woche danach könnte er wohl wieder am Start sein. Die schlechte Nachricht, Cornerback Cordrea Tankesley hat sich im Training das Kreuzband gerissen, ist also die restliche Saison weg. Jetzt kommen wir zu einem Team, was es richtig dick getroffen hat diese Woche. Wir sind bei den Jets. Ich muss auf meinen Zettel gucken. Tatsächlich Truman Johnson, Kevin Pierre-Lewis und Doubtful. Das heißt, die Stufe, die nochmal zwischen Out und Questionable ist, also zweifelhaft, dass sie spielen, ist quasi noch schlimmer als Questionable. Also bei denen sieht es nicht gut aus. Quincy Inanua, Robbie Anderson. Andre Roberts, der primäre Punt- und Kick-Returner. Steve McClendon und Frankie LeVous sind alle Questionable. Also da sind wirklich verdammt, verdammt viele Verletzungen neu dazugekommen bei den Jets. Ein paar davon waren ja letzte Woche schon angeschlagen, aber ein paar sind wie gesagt auch diese Woche neu. Die Broncos haben Sir Cravens aktiviert, der früher bei den Redskins gespielt hat und eigentlich ein echt talentierter Spieler ist. Der wird noch nicht wirklich viel spielen, sondern so vorsichtig reingebracht werden. Aber auf jeden Fall ein richtig gutes Zeichen für eine Broncos Secondary. Ein schlechtes Zeichen ist, dass sowohl Bradley Roby als auch Darian Seward raus sind. Also die spielen definitiv nicht im Spiel. Zum Schluss noch so eine halb positive Nachricht. Derrick Anderson ist immer noch im Concussion Protocol, also im Protokoll, das quasi dafür sorgt, dass man nicht zu früh wiederkommt von einer Gehirnerschütterung. Und was heißt das? Ey, wir haben Nathan Peterman Time in Buffalo. So, alles klar, dann wieder meine College Football Empfehlung. Wir haben so geile Spiele am Wochenende. Glaubt mir, das wird richtig krass. Also wenn ihr es einrichten könnt, nachher irgendwas zu gucken, dann versucht es bitte wirklich unbedingt. Bevor wir alle fragen, wo ihr es gucken könnt. The Zone überträgt Spiele manchmal. Also bestimmt auch welche davon. Sport 1 überträgt manchmal. Keine Ahnung, ob die was davon übertragen. Ihr könntet euch den ESPN College Pass holen. Aber da muss man, glaube ich, eine Kreditkarte bezahlen. Und ansonsten habe ich mir von Leuten sagen lassen, dass man eventuell das Ganze auch streamen kann. Über eine Seite, die nennt sich, glaube ich, Reddit. Aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Die Spiele, die ich euch empfehlen würde, sind wie folgt. Am Samstag um 5, also 17 Uhr bei uns, spielt Nummer 20 Texas A&M gegen Auburn. Und Auburn ist tatsächlich sogar Favorit in dem Spiel. Dann um 20.30 Uhr spielt Nummer 6 Georgia gegen Nummer 9 Kentucky. Georgia ist in dem Spiel natürlich der Favorit. Dann haben wir noch ein richtig gutes Spiel. Wir haben Penn State Nummer 14 gegen Nummer 5 Michigan. Das Ganze ist 20.45 Uhr. Hier ist Michigan fast zwei Touchdown-Favorit. Ich denke, das Spiel könnte insgesamt dann tatsächlich noch einen Ticken enger sein. Und dann natürlich der Knaller aller Knaller. Am Sonntag um 1 Uhr nachts, also in der Nacht von Samstag zu Sonntag, spielt Nummer 1 Alabama gegen Nummer 3 LSU. Das sollte ein richtig krasses Spiel sein. Und wenn ihr nicht irgendwie früh raus musst am Sonntag oder da schon irgendwas anderes vorhabt, dann kann ich euch nur sehr, 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 sehr empfehlen, das ganze Spiel definitiv zu gucken. Wenn ich tippen müsste, wer gewinnt, dann würde ich höchstwahrscheinlich auf Auburn, auf Georgia, auf Michigan und auf Alabama tippen. Ich habe gesehen, dass viele Leute schon gesagt haben, das wird jetzt der Upset und die erste Niederlage für Alabama dieses Jahr. Ich sehe es nicht kommen. Ich glaube, Alabama marschiert da relativ durch. Ich glaube, das Spiel wird eng. Aber ich glaube nicht, dass es ganz zum Schluss dann wirklich noch so auf die letzte Sekunde ankommt oder irgendwas. Ich glaube, Alabama gewinnt mit irgendwas zwischen 10 und 16 Punkten Vorsprung. Gut, das war es mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Wenn ihr neu seid, nicht vergessen zu abonnieren. Und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.